Es gibt neue, bahnbrechende Entwicklungen bei der Elektromobilität und entgegen allen Unkenrufen verdrängt sie mehr und mehr die Verbrenner. Und bereits dieses Jahr führt sie die Verkaufsstatistiken an. Damit hatte wirklich niemand gerechnet, lange vor dem Zulassungsverbot für Fahrzeuge mit Benzin- oder Dieselmotor. Das heißt, nichts Gutes für die konventionelle Technik und die traditionellen Hersteller müssen sich sputen. Volkswagen-Chef Herbert Dies nennt immer wieder Tesla als Vorbild. Werden jetzt alle Autohersteller zu Tesla-Kopien oder werden sie dem Innovationsdruck nicht standhalten? Clixoom Science & Future gibt es dreimal pro Woche spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Nur so verpasst ihr nichts. Los geht's! Herzlich willkommen und für alle, die händeringend drauf gewartet haben, hier ist es unterm I. Einfach draufklicken, das E-Book von meinem Spiegel-Bestseller Tesla oder wie Elon Musk die Elektromobilität revolutioniert. Das gibt es aber auch überall sonst wo, wo es E-Books gibt. Für alle Digitalen unter euch viel Spaß beim Lesen. Das Model 3 hat es geschafft. Es ist das meistverkaufte Auto, nicht Elektroauto. Auto insgesamt in Europa im September 2021. So die Meldung vor ein paar Tagen. Wow! Der VW Golf wurde abgelöst und das von einem Elektroauto von einem vermeintlichen Nischenhersteller. Das dürfte für einige eine Schocknachricht gewesen sein. Und in Deutschland werden inzwischen mehr Elektroautos als Diesel-Pkw abgesetzt. Das ist wirklich beeindruckend. Und die Elektrofahrzeuge zeigen jetzt, wie viele Vorteile sie in der Realität haben und welche Innovationen da möglich sind. Darüber jetzt mehr hier bei Clixoom Science & Future. Sie wird kommen. Die neue, revolutionäre Batterie von Tesla. Fünfmal mehr Kapazität pro Batterie und nur noch die Hälfte der Kosten pro Kilowatt. So Elon Musk. Und auch Panasonic will im März 2022 mit der Pilotproduktion beginnen. Im nächsten Jahr soll sie dann in die ersten Fahrzeuge eingebaut werden. Aber auch die traditionellen Hersteller warten inzwischen mit fast jedem neuen Fahrzeug mit einer Innovation auf. Der neue ID.5 von Volkswagen wird bidirektionales Laden beherrschen. Sprich, er kann auch wieder Strom ins Netz zurückspeisen. Wer einen ID.5 hat, kann dessen Batterie dann zum Beispiel bei einem Stromausfall zur Stromversorgung nutzen. Die Ladegeschwindigkeiten steigen und steigen. Wobei man hier in der Zukunft sehr genau hinsehen sollte, wie die Batterien damit zurechtkommen. Porsche hat die Garantie für die Taycan-Batterie auf drei Jahre und 60.000 Kilometer gesenkt. Wenn man nicht bei langen Standzeiten bestimmte Bedingungen einhält, da scheint es tatsächlich Probleme zu geben. Aber dazu später mal mehr. Inzwischen gibt es Elektrofahrzeuge mit einer Batteriespannung von 800 Volt. Der Ioniq 5 von Hyundai lädt nach Herstellerangaben in 18 Minuten von 10 auf 80 Prozent. Aber insgesamt fällt Autokunden auf, dass die Ladeleistungen gar nicht die Rolle spielen, weil die meisten Fahrten sowieso unter der maximalen Reichweite liegen und man lädt, während man Termine hat oder etwas unternimmt, einkauft und so weiter. Sprich, das Laden braucht die Zeit, die man zum Ein- und Ausstecken des Ladekabels benötigt. Es ist also schneller als tanken. Und auf langen Strecken, so ist es mir letztlich mit einer 800-Kilometer-Strecke ergangen, braucht man dann zum Beispiel insgesamt nur noch 40 Minuten Ladezeit bei 800 Kilometern. Wer will denn auf so einer Strecke insgesamt weniger Zeit mit Pausen zubringen? Und selbst mit einem ID.3 mit kleinem Akku sind Strecken bis zu etwa 500 Kilometer problemlos machbar. Die Ladefrage ist also geklärt und das Angebot ist groß genug, um ein Elektroauto zu finden, das auch extrem streckenkomfortabel zurücklegen kann. Und es gibt Angebote mit wahnsinnigen Ladeleistungen, wie zum Beispiel dem Porsche Taycan, wahnsinnigen Fahrleistungen wie beim Model S-Plate von Tesla. Sehr preiswerten Elektrofahrzeugen wie dem Dacia Spring für rund 20.000 Euro ohne Förderung, also etwa 11.000 Euro mit eingerechneter Förderung. Und Elektroautos benötigen weniger Wartung als Verbrenner. Bei Tesla gibt es nicht mal ein Wartungshäft, weil kaum etwas gemacht werden muss. Und sie halten länger ein Tesla Model S laut einer internen Quelle voraussichtlich 800.000 Kilometer. Und diese Haltbarkeit dürfte für alle Elektrofahrzeuge gelten, weil es einfach viel weniger Verschleißteile gibt. Und Elektroautos sind innovativ wie PKW seit langem nicht mehr und die Hersteller arbeiten fieberhaft an Innovationen. Ein Tesla arbeitet mit einem kleinen Supercomputer an Bord und einer ziemlich ausgeklügelten Software. Und auch die traditionellen Hersteller wollen in genau diese Richtung. Im Mercedes EQS sind riesige Displays verbaut, die allerdings noch mit alter Technik betrieben werden. Die Gedenksekunde nach jeder Eingabe ist immer noch Standard. Auch Volkswagen leidet da unter Nachholbedarf. In einem ID.3 laufen drei Rechner. Einer für die Mitte mit Navigation, Unterhaltung und so weiter. Einer für das Display hinter dem Lenkrad, das inzwischen bei VW deutlich mehr als ein Tachometer ist. Und ein Rechner für die Fahrzeugfunktion. Dass das Murks ist, das weiß man auch bei Volkswagen. Und hat ein Entwicklungszentrum im Silicon Valley aufgemacht. Und auch beim autonomen Fahren ist Volkswagen ganz vorne mit dabei und hat sich zusammen mit Ford an einem Unternehmen beteiligt, das hier als Technologieführer gilt, Argo AI. Denn autonomes Fahren ist mit Fahrzeugen, ohne Kupplung, Getriebe, Verbrennermotor, der auch mal ausgeht, viel einfacher zu realisieren. Die Elektromobilität ist eine der Schlüsseltechnologien für das autonome Fahren. Da sind sich alle einig, in den USA laufen zahlreiche Pilotprojekte, doch sind die oft eher traurig mit anzusehen. Waymo zum Beispiel ist gerade in San Francisco gestartet und steckt in einer Sackgasse. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Zahlreiche Waymo-Fahrzeuge landen irgendwann in einer ganz bestimmten Sackgasse und kommen wohl selbstständig nicht mehr raus. Elon Musk sagt sowieso, dass die Konkurrenz in einer Sackgasse steckt. Und nur sein System ohne LiDAR und Radarsensoren allein mit Kameras deutlich besser funktioniert. Noch arbeitet sein System nicht fehlerfrei. Trotzdem reduziert das System von Tesla mit neuen Versionen alle zwei Wochen die Fehler. Und es spricht einiges dafür, dass es 2022 eine nahezu fehlerfreie Version geben wird. Aber die wahren Fortschritte werden offensichtlich unter der Haube gemacht. Gerade hat sich Volkswagen-Chef Herbert Diess wieder darüber beschwert. Die schaffen ein Auto in 10 Stunden und wir liegen bei über 30 Stunden. Damit ist Tesla gemeint und auch das mit auch noch deutlich weniger Personal. Gerade hat Tesla ein Video zur Fertigung in China veröffentlicht. Das sieht ganz anders aus als in einer deutschen Autofabrik. Und da ist das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Teslas Effizienz scheint unerreichbar. Mit seinen Gigapressen kann das Chassis, also der Unterbau eines Fahrzeugs, in einem Teil gepresst werden. Damit wird laut Elon Musk eine Fertigungsstraße mit 300 Robotern eingespart. Für das Model Y wurde eine Acht-Ventil-Wärmepumpe entwickelt, die das Temperaturmanagement für Klima und Batterie übernimmt. Das gibt es bei keinem anderen Konkurrenzfahrzeug. Nur wenn es nicht um Innovation, sondern um Qualität geht, da haben die deutschen Autobauer meist noch die Nase vorn, wenn sie nicht gerade wie beim ID.3 zu Sparfüchsen werden. Doch dieses Alleinstellungsmerkmal ist mit einem hohen Preis erkauft. Denn die Warenherrscher in den deutschen Autofabriken sind die Einkaufsabteilungen. Sie haben drei Ziele. Sparen, sparen und sparen. Und dabei passieren dann so furchtbare Fehler wie vertragswidriges Abbestellen von Chips, das jetzt zur Chip-Krise führt, weil kaum ein Halbleiterhersteller überhaupt noch Lust hat, diese Bauteile zu produzieren. Manche Chips werden unter Umständen nie wiederhergestellt werden. Und diese Sparpolitik ist innovationsfeindlich. Da werden lieber ein paar Euro an einem Bauteil gesperrt, als ein neues, innovativeres einzusetzen. Wenn das nicht sehr bald geändert wird, haben die traditionellen Autohersteller hier wirklich schlechte Karten. Mehr über die Elektromobilität und Tesla gibt es jetzt auch digital meinen Spiegel-Bestseller. Tesla oder wie Ilemas die Elektromobilität revolutioniert gibt es jetzt auch als E-Book. Zum Beispiel hier klicken für die Kindle-Version bei Amazon oder ansonsten überall, wo es E-Books gibt. Viel Spaß beim Lesen. Bis dann. Bleibt dran.